so liebe freunde und damit herzlich willkommen zur fortführung vom dreschen ja ich spreche quasi vor diesem video aus der zukunft könnten wir sagen wir haben heute den sonntag den 12.9 und das material was ich da aufgenommen habe das ist ja noch vom ja lasst mich überlegen vom verzehnten glaube ich vom verzehnten august das ist schon ganze zeit her in der zeit ist natürlich ein haufen passiert das kommt am ende vom video was noch war jetzt wünsche ich euch erst einmal viel spaß bei dem was jetzt kommt das ist quasi das pressen und ja ich habe beim karl 300 messerbalken noch gemacht und einmal ein wenig gemäht ja natürlich gleich einen kleinen schaden geben passiert ja blöde kanten erwischt ja genau gibt es erst einmal das viecherversagen pressen und ja am ende vom video sehen wir uns dann quasi noch einmal dann sind wir nämlich wieder am 12.9 angekommen aber jetzt erst einmal zurück auf dem 14 15 august viel spaß so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann kann ich das Ding Untertitelung des ZDF, 2020 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 echoes der ZDF, 2020 además, der ZDF, 2020 legendärs ZDF, 2020 grünfutter weil derweil nicht silo ballen pressen lassen auch das ist passiert und zwar vor der fläche unten auf dem feld hier seht ihr die ballen von meinem mais 18 silo ballen vor der fläche unten mit 1,20 m durchmesser die lang haben wir für den winter locker ich brauche quasi nicht mehr weil sonst ich wüsste nicht woher damit von daher habe ich gesagt ja auch zur silo ballen die anderen flächen auch noch zur silo machen das ist irgendwie doof kann ich für notvoll noch wenn aller stricke reißen dass ich es nicht alles sauber weg mit kriege dann mache ich noch ein silo aus dem rest aber grundsätzlich hätte ich jetzt dann gesagt frischfutter mäher und jetzt habe ich den ladewogen gebraucht und der steht da ja jetzt war nur das schwarblech kaputt durchgegammelt und kaputt und da hat mich jetzt auch der äger jetzt gepackt habe ich dann frei durch das ding ausgebaut habe mit meiner bleche oder das blech und rohre organisiert und habe mich daran gemacht was ist denn das rauben denk doch da fällt ja gerade was vor dem mauer unter ja auf jeden fall hat mich das jetzt dann noch irgendwie angefuchst dass das ding kaputt ist und jetzt habe ich mir das material geschaut dass ich es herkriege und dann am wochenend gebaut gestern und natürlich gleich lackiert und verbaut und voila das ist das sportblech mein eigenbau also ich habe die erhaltet oder muss eigentlich hängen das da außen übernommen ich habe das blech in der mitten neu gebaut und die hat zwei rohre oder aufgeschwarzt ja die kettler sind auch noch eigenau also habe ich auch nichts geändert gut passt auf jeden fall ja wie habe ich es gemacht das blech dort auf die kanten bei der maschine hall gelegt und mit dem rohre oder aufgestemmt dass ich es in der mitten gebucht hat waren hundert prozent rund und perfekt ist die biechung nicht aber für den zweck langs und die rohre habe ich drauf gemacht also original war das das sportblech vorne ein blech wo die außenränder eingerollt worden mir hat aber das passende werkzeug dazu gefällt also quasi ein walzen von daher habe ich gedacht es macht irgendwie mehr sinn wenn man dann roh drauf schwarzt es gibt ja eigentlich bloß welche der stabilität dass das ganze halt halt kriegt ja halt halt kriegt und deswegen habe ich mich entschieden zwar eine 20er wasserroh zu verbauen man sieht es stabil ist es also das war die nächsten 100 jahre halten ja genau beim schwarzen ich habe voll durch geschwarzt meiner schwarzen hätte sie nicht perfekt ich bin kein profi im schwarzen gell aber die schwarzen hätte gehen ja durch und das war ein fehler da hat sich das blech natürlich verzogen man sieht vielleicht auch so ein leichter beulen in der mitten drinnen und überall so leichter wellen aber ach komm das ist ein schwarzen blech auf einem alten ladewogen drauf schaut man sich den restlichen ladewogen an sticht das jetzt eh saumäßig raus und der grund ist auch ich habe mir kein extra köhlerrot gekauft sondern ich habe fahrrot genommen weil das habe ich da gehabt und extra fahrbüchsen kaufen wir hier ein schwarzen blech ist ja quatsch ich habe auch nicht vor den ganzen ladewogen jetzt da zu restaurieren weil sind wir mal ehrlich dem fehlt nichts der ist gut bei einer der ist halt old der ist halt vielleicht ein wenig gedreckert hat auch ein paar kratze ob noch zuspulen ist klar aber ja dem ding fehlt nichts dieser köhler ea s24l 3,7 tonne da habt ihr noch einen typ und das ding geht waren die bremskehler nachgestellt der hat ein messer drinnen die aktuell sogar reingeklappt sind wie man sieht also groß was ich laden tue wird gleich geschnitten ja ihr seht das ist groß drauf habe ich gestern gemäht zwei bohnen unten auf der wiese und weihe durch die messe durchgelassen ich fütter damit jetzt aktuell die schweine ich fütter damit hinten meiner rindvieche und fehl esel gasen ja eine schöne menge so werde ich dann später noch einmal was für die schweine mit entnehmer dass die noch was kriegen und den rest kriegen dann meiner vieche heute und morgen alles teil ich auf auf zwei durch ja dafür mache ich das wie gesagt das ding das habe ich gebaut der ist endlich wieder einsatz klar die wühlen die ketten die sind unterschiedlich lang das ist das problem die kettenglieder sind anders deswegen hängt nicht oder so blöd durch es ist einfach so ich kann es leider nicht ändern die ist gespannt die hält gut und die hängt in der luft aber egal da habe ich auch mal eine schnur nachgemacht das kann man vom bulldog aus aber schön ziehen kann was natürlich gar nicht so leicht ist weil das ding ist nämlich schwer ja und so schaut es dann im aufgeklappten zustand aus das sind wie gesagt war das alte blech das war so vergammelt in der mitten das ist so die zinken nachgekommen also klar wenn ich jetzt die zinken natürlich in benutzung habe und das ist ganz drum dann schlaft es auch hüben und drüben in dem zustand ist aber normalerweise ausgeschaltet weil das ist auf der straße du schaltest es nicht ein und wenn ich rangiere dann durch normalerweise die pick-up gar nicht groß rauf sondern da lasse ich es einfach auf der höhe die adasträder sind nämlich das träder in dem sinne die sind nur dafür da um stöße abzufangen die sind nicht dafür gedacht dass der duder drauf läuft wenn die abgelassen ist soll die nicht auf die gerilla laufen das war zu extra eingestellt also bevor du jetzt dann eine sagt das ist aber doch dann du magst doch kaputt nö die schwebt das ist eine schwebende pick-up und das funktioniert hervorragend also ich komme damit klar ich mache den Ladewagen so schön eine Ladewagen und so gehört es sich und ja wie gesagt der ist fertig das passt der ist einsatz klar ich habe leider kein video davor gemacht das war gestern erster einsatz da war das Blech noch nicht lackiert um zu sehen ob es überhaupt funktioniert war halt dann mal schnell eine Ladung aufgeladen wie gesagt durch die Messe durchgelassen das sind jetzt nicht wie bei einer moderner Ladewagen war es da für so viel Messe aber man sieht es glaube ich da ist geschnitten da ist die Schnittkante hinten also die Messe machen ihren Zweck die Tom das schon man sieht es da oder da fällt es quasi auseinander da ist es in so Brocken dann aufgeteilt ja wie gesagt ich mache meinen Ladewagen der macht jetzt schon seit vielen Jahrzehnten seinen Dienst und jetzt ist er wieder vollkommen einsatz klar es passt alles so kann man verarbeiten und so macht es wieder Sinn auch fertig und dann ich habe auch mal so ein kurzes Video gemacht für Judo ihr wisst ja ich habe mir da was angeschafft das ist gar nicht groß öffentlich gemacht worden also nicht so groß wie normal über die Flocks sondern eigentlich eher so nebenbei ich habe mir einen Fossboden gekauft der Pumpfoss und das Pumpfoss habe ich mir auch fertig gemacht ja das war ein wenig größerer Baustelle gebe ich ja zu wie könnte man sagen war Fehlkauf oder ein Haufen Lehrgeld bezahlt naja hinterher ist es mir immer schlauer aber das Ding ist fertig und es passt von daher ist es auch gut und das Ding ist jetzt wie gesagt fertig aufgebaut ich habe bloß die Gelenkwellen runter gemacht die habe ich extra eingelochert und aus ein paar gericht weil solche Sachen die leicht zu demontieren sind die verschwinden ja gern da steht das Ding ihr seht Saugrohr und Saugschlauch ich habe von meinem TÜV Prüfer einen Saugschlauch bekommen der war allerdings schon recht porös und kaputt das war so ein alter Gummischlauch so ein schwarzer der war auf dem rot oder drauf war aber der war halt leider schon recht kaputt dann habe ich noch einmal eingesetzt und habe noch unheimlich viel Luft gezogen und dann habe ich entschieden jetzt muss was anderes her ich habe mich zu einem BVC Spirol Schlauch entschieden mal gucken wie gut das er ist wenn er mir nicht gefällt kann ich immer noch einen Gummischlauch kaufen aber die sind halt immer vielfach als teurer da kostet der Laufmeter auch nicht 20 Euro und vom Gummischlauch kostet der Laufmeter ich glaube 50 oder 60 Euro und jetzt drei Meter brauchst und nicht viel Geld ausgeben willst vorerst dann entscheidest du dich doch zum günstigeren machen wir günstig kauft kauft zwei mal Haarzimmer aber schauen wir mal ja das Ding ist auf jeden Fall fertig Saugrohr, Saugschlauch und eine neue Schlauchstulle die alten wurden eben ja kaputt die Unterlegklötze liegen drunter werden aber gar nicht gebraucht ihr seht Luft ich lasse einmal extra ein wenig Luft man sieht es da eigentlich auch hat er auch Luft das Fass bleibt stehen und warum bleibt es stehen wir haben da wieder was ist wieder eine Umsteckhandbremse drauf siehe da nagelneu die funktioniert optimal so muss das die hält die Bremse habe ich gleich noch gestellt dass er wieder schön scharf geht ja Antriebswellen von da ist ja gericht worden Pumpen komplett neu abgedicht oben hier den Verschluss neu gemacht dann den Schiebe vorne noch ja Wellendichtring rein gemacht thema undicht du hast von aus dem Schiebe das Wasser rausgelaufen halt die Flüssigkeit da vorne natürlich auf Dauer nicht schön ja da habe ich Fett noch geschmiert also das ist alles dicht dann gehen wir mal nach hinten ja das Ding da darf man nicht beachten das ist das gute alte drum das ja leider nicht mehr erlaubt ist wie man weiß dann seht ihr da ein neues Schlauchstück das ist auch reingekommen das selbiges Spielchen weil ich gleich ausgebaut habe ist auch hier unten passiert neues Schlauchstück da vorne auch ein neues Schlauchstück der Schiebe da macht man noch einmal auch hier der ist leider undicht also der läuft nicht aus aber der lässt Wasser beziehungsweise was da halt tanken lässt lässt er durch du kannst ihn auch zudrehen dass das Fass von vorne durch die Pumpen rein pumpt ins Fass also da rauf und inner rein und dann saucht es ja vorne wieder in die Pumpen rein und wieder durch die Pumpen dann tut es ja quasi umrühren inner und wenn ich das mache und den Schiebe quasi umgestellt habe dass hinten nichts kommt dann kommt aber hinten trotzdem was deswegen habe ich mir einen Deckel gegönnt könnte sogar sein dass noch Flüssigkeit kommt ne kommt nicht mehr ja dann habe ich mir einen Deckel gegönnt dass man das Ding zumachen kann für Strassenfotos ist das nämlich ein wenig ungünstig wenn der da hinten raus subbt dann ist gemacht worden die Seiten da hinten es gibt wieder viel schwergängige neue Dichtungen da und da da ist aufgespast worden und sauber zugeputzt dass das wieder dicht ist da hat vorher eine ganze Ecke da hinten so gefällt wo weggegammelt ja funktioniert natürlich auch nicht deswegen desto hergericht desto hergericht man hätte das Stück da auch neu machen können ist aber natürlich an der Stelle ziemlich beschissen das ist eine scheiß Arbeit und naja da habe ich noch vielleicht ein kleines bisschen stramm gestellt aber was solls der Deckel ist nicht ganz so schön der hat keinen schönen Griff aber wollen wir nicht jammeln er erfüllt seinen Zweck und das ist das wichtigste ja ein Kennzeichen hat das Ding gekriegt ja das ist KUCA drauf wo es quasi mal kleine Bulldog hat der kleine Bulldog kann mit dem Foss ansaugen der kann auch damit umpumpen aber was er nicht kann ist Ausbringer und Fawn gleichzeitig das funktioniert nicht fehlt halt einfach die Leistung die HD 13080 glaube ich wo ich drinnen habe die Pumpen oder 130 100 na 80 glaube ich braucht relativ viel Kraft das ist eine Exzenterschneckenpumpen und der kleine Bulldog mit seiner er hat ja ein wenig mehr Leistung 17hbs das packt er nicht das mag er nicht das geht auf die Kupplung das merkst du dann vor allem wenn es dann vielleicht noch ein wenig gleich rauf geht oder so kannst du vergessen ist suboptimal dann hat er keine Doppelkupplung auch nicht das heißt wenn du das Ding einschalten willst dann musst du dein Gong auch gleich mit auswählen und dann fährst du los und dann ist alles zwar gleichzeitig in Betrieb und das braucht zu viel Kraft ja ist halt für den kleinen Bulldog doch ein wenig viel muss man auch dazu sagen das ist fast mit 3,6 m3 zulässige Gesamtmasse von 4 Tonnen und der kleine Bulldog bringt 1,1 Tonnen auf die Woche das ist schon ein wenig so David gegen Goliath kostet das so muss ja nicht sein nee geplant wurde das Ding an der KL 300 jetzt wurde viel besser gedacht Doppelkupplung 28ps und jetzt hieß es Bereifung auf dem KL 300 ist nicht ganz so optimal ist die vom anderen schöner weil die habe ich breder ist und habe ich besser verteilt aber für meinen Zweck funktioniert es soweit wie gesagt ist es fertig Elektrik geht wieder komplett Beleuchtung, Rückstrahler alles wieder drauf wie es gehört Schiebe ist in aller Gongbohr so und soweit ist es gemacht und jetzt fragen sich bestimmt die Leute ja was willst du mit dem Scheißding eigentlich du hast ja nicht einmal Gülle das ist korrekt ich habe keine Gülle ich habe keine Jauche ich habe nichts ich möchte mir aber auch noch organisieren dann heißt es jetzt naja das darfst du ja aber nicht weil wenn du das mit Pralldelle geht nicht das ist ja verboten das ist korrekt den darf ich dafür nicht verwenden was ich vorhabe ich habe auch eine Schroh noch auf dem in dem Kurzvideo was ich gemacht habe habe ich das drauf gehabt da habe ich Wasser gespritzt gehabt das ist ein Rohr das geht hinten raus und dann kann man es so im 45 Grad Winkel wegstellen geht dann etwa bis dahin und das hat ein Rädler dran und da kannst du quasi seitlich schießen das Rädler lässt sich mit zwei Schrauben abnehmen und da habe ich mir schon gedacht gut es gibt ja Fesse mit Breitverteiler und ich könnte mir einen Breitverteiler Silber bauen ganz einfach und simpel ich nehme das Rohr stecke es drauf 90 Grad Winkel noch um und mache auch einen Pralldeller drauf so wie wir halt die Modana Fässer haben die hinten dann drauf geschraubt werden und so runter wird es gezeigt dass quasi die Gülle wenn ich habe raus hoch und dann wieder nach unten weg gestrollt wird jetzt werden dann eigentlich auch sagen das darfst du doch aber auch nicht das ist doch nicht mehr erlaubt also erstens einmal bei uns ist das noch erlaubt auf Grünland sowieso bis 2025 und ich könnte mal eine Sondergenehmigung dafür holen weil mit unter einer ja 21 Togwerke oder 7 Hektar muss man ganz offen und ehrlich sagen ähm ja ich glaube da brauchen wir nicht groß diskutieren auch was mit Schleppschlauch kaufen macht keinen Sinn was aber andere Gedanken gekommen ist wenn ich auch mal Zeit habe und Lust habe dann baue ich mal einen Schleppschlauch verteiler jetzt waren wir da eigentlich auch sagen jetzt spinnt der komplett das machen wir so aber ich habe mit einem Bekannten da schon ein bisserl und der hat mir eine schöne Zeichnung angefertigt und die was denn du hast da groß du hast da groß alter alter der hat mir eine Zeichnung angefertigt und die Idee dahinter ist eigentlich ganz simpel frissteig groß bauen wir zwei Halter quasi da hinten nach da oder da mal schauen herauf und rauf zwei Metallstreben da runter eine Rohre mit einem Flansch oder einem Schlauchstück zum Todeauflanschen das Ganze eventuell in der Mitten durchgestützt entweder mit Hydraulik oder mit einem ähm ja mit einem Dämpfen muss ich einmal gucken mit dem ich das Ding dann einfach klappen kann also quasi Tode dann so hoch schwenken und aufs Foss drauf das Ganze so breit wie das Foss Bräderwerk gar nicht machen sonst müsste ich das Klappuhr bauen ja mal schauen es ist noch so ein wenig Gedanken gegangen ein wenig Spillerei ein wenig Spillen wie gesagt ich müsste es eigentlich gar nicht weil mir könnte es wurscht sein aber ja man könnte ja vielleicht doch und das schauen wir mal aber das erforder dann wenn es einmal soweit ist erst einmal ist es sowieso so dass ich keine Gülle habe noch nicht und gar keinen Ausbringer tun also von daher brauchen wir da noch gar keinen Gruß zu diskutieren und wenn es soweit ist dann sehen wir das schon auf jeden Fall ist das Ding fertig das war mir wichtig das wollte ich fertig haben weil wenn man was kauft und man kann es auch nicht benutzen ist das blöd jetzt ist es fertig und ich könnte es benutzen zum Wasser fahren geht es auf jeden Fall ja ich weiß Exzenterschneckenpumpen und Wasser das ist etwas was ich nicht verdrehe das macht man nicht ist mir aber auch egal weil es ein Maistar dort kaputt geht und wenn ich auch Neujahr kaufen muss ich kenne mittlerweile die Preise ich weiß was Gülletechnik kost dann muss man halt wieder in die Taschen greifen und müssen halt kaufen nein so wie es ist ist es und das sehen wir schon wie gesagt gemacht ist fertig ist funktionieren tut es und alles weiterer wird mir sehen dann schauen wir mal genau so jetzt seid ihr dann für den September quasi auf dem aktuellen Stand wo es noch so in der Zeit passiert ist und wo es in den Videos nicht gekommen ist wird demnächst weitergehen mit keine Ahnung irgendwas also auf jeden Fall haben wir mehr und laden das wird kommen und und was sollen wir denn noch die Kreisladen sollen noch gemacht werden wahrscheinlich und das kann man ja immer wieder arbeiten also es geht nicht aus es kommen auch wieder Videos wie gesagt ich habe jetzt eine neue Arbeit angefangen und dann war es noch keine Zeit und dann war ich eine Bombe mit dem Lohn unterwegs zu entpressen und ja das ist die Zeit alles ein wenig knapp geworden und dann beim Heier da habe ich auch ein wenig Arche gehabt Quatsch woher suche ich beim Silo machen gemäht alles in einer Nachtaktion bis in der Nacht haben wir ein Viertel zwölfer dann haben wir es gemäht die Flächen da unten und am nächsten Tag wollte ich die Geschworte und dann ist mit der Geschworte verrückt die Kurvenbahnen zusammengefallen die ganzen Plastikkugeln das sind so Metallloche und das sind Plastikring außen drauf in der Kurvenbahnen die sind auseinandergebröselt all das technisch naja aber da auch Drama das habe ich alles wie gesagt nicht gefilmt der Schworte ist aber mittlerweile wieder zusammengerichtet der steht hinten drinnen also der geht wieder quasi wieder wie neu nee das sind so die aktuellen Dinge was auch immer jetzt da noch kommt das ist der da der braucht dringend einmal das machen im nächsten Monat oder dürfen die Bremse muss gemacht werden und ein wenig Wartungsstau gebe ich auch zu aber es war es in diesem Sinne ich hoffe das Video hat gefallen wir hören uns wieder bis die doch und Servus